Wir rennen bei, äh, okay, jetzt hat er ungelenkt. Die Zombies auch unter wir, Jan, du läufst hinter den Zombies. Nee, nee, eben nicht. Der eine hat gerade umgedreht und verfolgt mich jetzt. Ich weiß. Alter, da verfolgt uns noch, da folgen uns noch zwei. Also hinter den beiden noch mal beiden. Es sind noch mal zwei. Witz und witz hin. Ach, Supermarkt. Verarscht mich. Ja, klar. Hier drinnen kannst du noch... Hier ist auch noch eine Lee-Infield, die kannst du dir auch noch nehmen. Ja, hatte ich vor. Dürfte ich nämlich noch genug Muni mit mir rumschleppen. Stirbt der jetzt mal? Ich hab keinen Bock mehr auf den. Stirb. Ich hab keinen Bock mehr auf den. Was für eine logische Ausklärung. Erklärung. Wie sie meinen Kopfschüssen ausweichen. Neben dir, neben dir. Was, 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 was? Ach nee, Alter. Geh weg, Junge. Geh sterben. Scheiße. Ich hab keine Muni mehr für meine Zweitwaffe. Nee. Das kann doch nicht sein, Mensch. Sonst lang hier immer so viele M19-Magazine rum. Schieß nicht mit der Infield, Alter. Der lockt so viel mehr Viecher an. Oh, der dreht ab. Ich hör hier aber noch einen drinnen. Hä, was ist denn das hier? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Was ist denn das, wo ich gerade vorstehe? Ah. Ich hab schon. Ach, das ist ein Rucksack. Hey, jetzt haben wir den beide. Nee, nur ich. Nein, ich hab den auch. Das hat sich Glückwunsch. Der ist noch kleiner als das Alice Bedpack. Drück mal von meinem Rucksack weg. Das ist meiner. Du hast, glaube ich, gerade meinen Rucksack aufgenommen. Kann das sein? Scheiße. Ah. Es liegen gerade zwei Patriot-Packs, glaube ich, rum. Ja, warte. Das eine klebt irgendwie an deinem Fuß bei mir. Scheiße, da kommen noch mehr rein. Fuck, da kommt einer neben dir, Bass. Hier neben dir, neben dir, neben dir. Ich hab deinen. Und du hast meinen. Oh, in diesem Rucksack ist irgendwas drunter. Den ich aufgenommen habe. Ja, nur sind gerade meine ganzen Wasserflaschen und alles weg. Schön. Find ich geil. Echt. Super. Schönes Backspiel, wa? Ah, Mann. Ich kann meinen Rucksack nicht mehr aufnehmen. Ah, fick dich. Halt die Fresse. Siehste, hat gerne was mitbekommen. Naja, doch. Da stehen immer noch zwei an der Scheibe. Die gehen gerne, klopfen. Sei froh, dass sie dann nicht reinfangen. Nimmst du... Hä? Hast du die Lee Infield nicht schon genommen? Ja, hab... Wieso liegt sie dann immer noch da? Und ich kann die auch immer noch nehmen. Ich hau mich hier mal grad voll mit Bandagen. Ey, hier kommen immer mehr. Du machst es immer schlimmer. Das ist immer schlimmer merkbar, ja. Au. Au. Das hat mich hier gar nicht behauen. Ja. Links, neben dir. Raus hier. Raus. Oh, scheiße. Scheiße. Fuck, Alter. Na, super. Ich versuche hier grad mal noch durch das Ding hier durchzublitschen. Funktioniert nicht. Fuck, Alter. Renn! Und schieß mir nicht ins Gesicht. Ich hab dir bloß versucht den Arsch zu retten, ja. Und an dir klebt gerade den Rucksack. Die klebt den Rucksack am Bein. Ja, das ist gerade super. Scheiße, Alter. Was machen wir jetzt? Oh, hier sind wir sicher. Uh, Magazin. Ich brauch ne Zweitwaffe, Junge. Die nicht so laut ist, wie die Infield. Hast du das Rebäuber noch? Das Rebäuber? Nein. Hast du es weggeschmissen? Hier liegt dreimal Muni dafür. Ja, ich sehr schön. Dere Dosen. Wo kommt die Munition in der Schule her? So zum Thema Winden, ne? Ja. Oder Amokläufer überhaupt. Wie findet der Amokläufer seine Mitschüler? Zum Schießen. Zum Schießen. Haha. Ja. Klassiker. Hey, Makarov Magazin endlich. Du hast nen Makarov? Ja. Wo hast du die gefunden? Schon bald hin, ja. Ich habe noch ein bisschen was zu trinken gefunden. Zwar kann man mit dem Ding eigentlich nur, wenn du sofern du keine Kopfschüsse schaffst, mit dem Ding kann man eigentlich nur werfen, aber... Ja, natürlich schmeißt man die Zombies mit der Waffe tot. Willst du mich verarschen? Ja. Ne, irgendwie... Mein Rucksack spackt gerade um, ich bin das Rucksack-Menü-Mensch. Nein! War das jetzt? Das war ein Schluss von mir. Oh, ich habe noch mehr angelockt. Fuck, Alter. Alter. Ja, jetzt kommen sie von allen Richtungen. Ich habe eine Uhr gefunden. Ha! Wow, habe ich auch schon. Oh, Alter, fucks. Ey, das müsstest du gerade sehen. Ich stehe oben auf dem Dach. Oh, fuck, Alter. Oh, fuck, Alter. Weißt du, wo ich gerade bin? Du verteidigst uns gerade unten? Ich bin innerhalb des Gebäudes, genau. Das wird... Kandidat Nummer eins. Nummer zwei. Du lockst immer mehr an. Und was soll ich denn sonst machen? Weglocken. Ah, ha, ha. Du kriegst jetzt ja leicht in der Bramper. Komm hoch, komm hoch, los. Ich bin gerade mitten in der Flur. Warte mal, vielleicht kann ich die von oben erwischen. Hier war, glaube ich, irgendwie sowas, dass ich nach unten ballern kann. Wow, scheiße. Nein. Hilfe. Ich verrecke genauso gleich. Wir müssen hier raus, Basti. Schleunigst. Schmerksam. Mensch, jetzt ziel. Scheiße. Okay, bei mir werden es langsam weniger. Bei dir? Ich habe gerade gar keine mehr. Oh, das ist doch einer. Erwischt. Okay, ich habe, glaube ich, noch... Ja, guck mal, wo ich gerade hier stand. Ja, ich habe was. Oh, Alter. Ich nehme ein bisschen Schmerzmittel, damit ich das Essen aufnehmen kann. Ja, jetzt bin ich nur am Rucksack, gehe ich nur in der Munition zu. Ja, hier ist die Infektion, wo ich gerade stehe. Ne. Scheiße, woher... Was auch für den Schieß? Scheiße, da kriegt einer noch oben. Ich muss mich verbinden, Alter. Fuck. Ich weiß gar nicht, lockt Blut die anderen Zombies eigentlich an? Äh, ich weiß es nicht. Ich hoffe es mal nicht. Komm, noch mehr, das gibt es doch gar nicht. Ja, naja, durch die Schüsse. Die werden wirklich angelockt. Die müssen normaler und tot sein ja langsam. Ja, die spawnen ja immer wieder. Oh, fuck, 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 fuck. Gibt es hinter der Schule nicht eine Leiter? Ja, komm hoch, da gibt es eine Leiter. Oh, die, die glitschen hier gerade durch die Wand alle. Lauf! Ah! Eigentlich falsche Richtung. Ja, ich habe hier Makarov-Magazine gefunden. Scheiße. Da ist noch eine Leiter, mach die Karte. Alter. Ach, da ist auch eine Tür, gut zu wissen. Jo. Ich glätte jetzt die Leiter nochmal hoch. Was ist mit dir gerade? Ist das gerade gauern? Wie es aussieht. Ich habe zumindest was, äh, von dir gehört. Ach, der ist gerade durch die Wand gekommen. Cool. Ich bin gerade oben, man. Du kannst ja hochkommen. Da können wir die zumindest, äh, ein bisschen besser abknallen, weil die immer versuchen, auf eine Leiter. Ja, geht schlecht. Jetzt blockieren sie gerade die Leiter und ich kann eigentlich nur nach unten. Ah, scheiße. Ne, du sollst nach oben, man. Oh, jetzt bin ich einfach rein. Ne, jetzt, oder? Scheiße. Scheiße. Ich bin ohnmächtig. Fuck. Fuck. Nein. Das darf nicht sein. Nicht jetzt. Scheiße. Ey, wir haben uns so viel erarbeitet. Fressen die dich schon? Ne, knabbern tun sie noch nicht. Fuck, Alter. Ich muss aufstehen. So, der steht jetzt wieder auf. Fuck. Ich blute wie blöde. Scheiße. Mann. Lass mich in Ruhe. Ich höre, glaube ich, gar nichts mehr. Ich muss mich erstmal schnell bandagieren, Alter. Ich verliere gerade übelst viel Blut. Ha, übelst Platzwunde. Basti? Ja, ich bin gerade leicht am sterben. Tut mir leid, warte. Ich versuche runterzukommen. Wenn ich nicht gleich auch runterfliege. Ich habe nämlich gebrochene Knochen. Oh, ne, oder? Und ich werde gerade gefressen. Yay. Scheiße, ich komme runter. Warte, 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 warte. Der hat noch nicht gefressen. Warte noch auf mich. Ich will mitessen. Und ich bin weg. Ne, ich jetzt. Ernsthaft, oder? Und tschüss. Ich auf mich prügeln gerade so ca. 10 Zombies an. Scheiße. Ich lege auf dem Boden, weil ich gebrochene Knochen habe. Und tschüss. Ey, ich lebe es nicht mehr. Lebe es nicht mehr, aber scheiße. Scheiße. Wie wäre es damit? Ich klettere jetzt nochmal hoch auf die Leiter. Und äh... Aber wache die Sachen. Ich habe jetzt wirklich drauf an, wo ich spawnen, ne? Ja, gut, wenn du jetzt irgendwo am anderen Arsch der Map spawst, wäre das natürlich jetzt nicht so super. Aber ich hätte es doch, der springt. Ja, alles. Du bist definitiv tot. Haha, sehe ich von hier oben. Oh, bitte spawner Elektro. Ah, oh Scheiße. Alter, sehn ihr mich noch? Die rennen voll auf mich drauf. Also, auf mich drauf zu. Aber ich habe glaube ich auch einen Schockzustand oder sowas. Und habe auch dolle Durst und dolle Hunger. Na, Jules, hier oben sind auch noch ein paar Vorräte, also so ist es nicht. Das habe ich schon, habe ich schon einen Stalker, äh, schon neu gemerkt. Ergibt so aus ein Hungersystem. Bist du gerade so am Ende am AKB, plötzlich kriegt ein Typ Hunger. Und so denkst du dir nur, Junge, bis gerade am verstreitesten Ort der Welt. Wieso zum Teufel, denkst du dir an was zu essen? Okay, ich habe jetzt wieder grünen Durst und grünen Hunger. Kamenka! Nee, jetzt nicht ernsthaft. Doch. Fuck. Du kannst dich irgendwie in Kamenka reinschmeißen und da von Zombies holen lassen. Hey, das ist ja meine Lieblingsbeschäftigung, weißt du das? Basti, du kannst ja nochmal die Wartemusik währenddessen einspielen. Hm, ne. Ey, meine Menschlichkeit ist, äh, gestiegen. Normalerweise hast du jetzt 2500, oder? Hm. Ich habe 2750. Aber es ist deswegen, weil mir eine Bluttransfusion gegeben hat. Ja, ich fürchte, ich brauche bald auch eine, wenn es so weitergeht. Aber die sehen mich hier oben nicht, da habe ich Schwein gehabt. Aber trotzdem warten hier noch einige an der Leiter, zwei Stück. Abknallen will ich es allerdings auch nicht. Das könnte vielleicht blöd ausgehen. Ich versuche nach Cerno zu kommen, aber ich kann für nichts garantieren. Nicht Cerno, Elektro. Wir waren noch in Cerno, oder? Nein, wir waren in Elektro. Das hast du vorhin so gesagt. Wenn die Kirche an der Küste war, dann ist es Cerno gewesen. Die Kirche war aber nicht an der Küste, sondern, ähm, du weißt schon. Na, der Feuer, ach so, ja. Okay, gut. Gibt es Kamenka irgendwas zu loten? Äh, sau wenig. Ich glaube, man hat nur irgendwie zwei halbwegs gute Plätze. Du musst mal unten beim Industriegebiet irgendwie gucken. Wißt du, wo ich meine? Ähm, das soll wohl liegen? Am Hafen unten. Also sowas wie ein Hafen willst du? Also da ist sowas wie ein Dock oder so ein Steg oder sowas. Mhm. Da müsste so ein, ja, was heißt, so ein, so ein Kontrollgebäude halt sein, wo früher irgendwie mal so ein Kontrolleur irgendwie drin stand. Naja, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Und im Dixi-Klo, da hatte ich mal eine Lee Infield gefunden. Ich erinnere uns zu sagen. Doch. Nee, Lee Infield mit drei Magazinen. Da musste sich wohl jemand beim Kacken verteidigen. Ich war leider doch verreckt. Das lag mir leicht daneben oder was? Keine Ahnung. Alter, ich leide mal Üz unter Schockzustand. Der ruckelt mit der Waffe wie auch nur Blöde. Wie auch nur Blöde. Gut Deutsch, ich hab. Ja, der kriegt gleich ein Kind, wo softball sind. Nee, sehr ernsthaft mal, ey, wie da mit der Waffe gerade rumwackelt. Das müsstest du sehen. Ach so, darf ich dich eigentlich so... Ja, Zombies tauchen auf. Darf ich dich eigentlich so zum Thema Bluttransfusion und alles so mal durchsuchen? Oder? Ich habe keine weiteren mehr. Scheiße. Wenn ich dein Ernst, da steht wirklich eine Intakte, haben die. Echt? Oder? Also der hat doch alle Räder. Alter, guck rein. Nein. Aber die Türen stehen auf... Nicht, dass es eine Falle ist. Nee, nee, ich sehe schon der Motorblock vorne und so raus. Scheiße. Brauchst du einen kompletten Motorblock oder was? Nee, überhaupt. Ami ist ein Frack. Von der einen Seite sah aber doch so schick aus. Ach so.